Hallo! Erst einmal möchte ich mich bedanken. Mit dem letzten Video habe ich elf neue Abonnenten bekommen. Damit hat sich die Anzahl meiner Abonnenten mehr als verdoppelt und das macht mich schon so ein bisschen glücklich. Also sehr, sehr, sehr vielen Dank dafür! Und auch jetzt zu Beginn wieder der Hinweis, dass ADHS bei jeder Person anders ist, dass jede Person damit anders klarkommt und dass meine Berichte natürlich auch meine persönlichen Erfahrungen enthalten und deswegen nicht ganz so neutral sind wie offizielle Berichte. Heute soll es um ein Thema gehen, das ich persönlich ziemlich spannend finde. Seltsamerweise findet man aber zu dem Thema fast nichts im Internet. Weder auf ADHS-Pedia noch auf anderen Seiten oder wo Symptome beschrieben werden. Eigentlich findet man da so gut wie nichts, außer einen Artikel, den ich hier gefunden habe. Das, was ich jetzt alles erzähle, basiert eigentlich so ein wenig auf diesem Artikel, aber ich reiche das natürlich noch mit meinen Erfahrungen und Erlebnissen an und ja, versuche das alles noch so ein wenig so zu formulieren, dass es halt meins ist. Der Artikel ist von adhs.müllers-seiten.de und ich habe den einfach mal unten verlinkt in der Infobox. Wie man im Videotitel bereits gesehen hat, geht es um das Zeitempfinden von ADHS-Betroffenen. Und das ist mal wieder so eine Sache, wo normale Menschen sagen, hä, das hat doch jeder, wo ist denn dein Problem? Aber wie bei vielen dieser Symptome ist der Unterschied mal wieder die Intensität, wie der ADHS-Betroffene das erlebt. Im Grunde kennt das ja jeder Mensch. Wenn man etwas Schönes erlebt, dann geht die Zeit um wie im Flug und wenn man etwas nicht so Schönes erlebt, dann kommt einem die Zeit länger vor. Der erste Unterschied ist die Häufigkeit dieser Phasen, wo die Zeit gefühlt extrem schnell oder extrem langsam vorübergeht. Während Normalbetroffene die Zeit durchschnittlich im Normaltempo wahrnehmen und diese Verzerrung nur selten stattfinden, ist das leider bei ADHS-Betroffenen ein fast dauerhafter Zustand. Entweder geht die Zeit schnell um oder langsam, aber dieses Gefühl von normalem Zeitverlauf, das ist eigentlich nie vorhanden oder fast nie oder selten. Und das Zweite ist, dass halt ADHS-Betroffene diese Zeitverzerrung sehr, sehr viel intensiver wahrnehmen. So fühlen sich zum Beispiel 5 Minuten Warten beim Arzt oder die letzten 10 Minuten vor Arbeitsende sehr, sehr häufig an wie nie enden wollenden 2 Stunden voller Qualen, während eine Stunde am Computer irgendwas spielen sich anfühlt wie 5 Minuten. An dieses Phänomen sind leider sehr, sehr, sehr viele Nachteile gekoppelt und eigentlich kein wirklicher Vorteil. Ein riesiger Punkt dabei, den wirklich alle ADHSler kennen dürften, ist Unpünktlichkeit. Man geht vor der Arbeit nochmal eben 5 Minuten an den Computer, irgendwann guckt man auf die Uhr, scheiße halbe Stunde und mein Bus fährt gleich, ich verpasse den. Dann rennt man zum Bus, der fährt einem vor der Nase weg, man kommt 2 Stunden später an der Arbeit oder in der Schule an und kriegt mal wieder Ärger. In sämtlichen Schulzeugnissen, schon seit ich Jugendlicher war, ist überall der Vermerk drauf, dass ich sehr oft unpünktlich war. 2002 bin ich sogar von einer Volkshochschule runtergeflogen, da wollte ich gerade den Realschulabschluss nachholen, weil ich 50% Fehlzeiten hatte. Und würde ich heute nicht in Geizzeit arbeiten, hätte ich echt ein sehr, sehr großes Problem. Ich nehme mir jeden Tag vor, pünktlich um 8 auf der Arbeit zu sein und komme dann im Endeffekt sehr variabel zwischen 8 und 9 an. Das ist nicht sonderlich schlimm, weil ich bis 9 Uhr auf der Arbeit sein muss, aber ohne die Geizzeit wäre das echt problematisch mit mir. Ein sehr großes Problem dabei ist halt, dass dann die Betroffenen sehr schnell als unzuverlässig angesehen werden, was eigentlich ja auch so ist. Allerdings resultiert diese Unzuverlässigkeit nicht aus einer Gleichgültigkeit heraus, sondern kommt einfach daher, dass der Betroffene Zeiten nicht wirklich einschätzen kann, dass er die Länge von Zeiten falsch empfindet. Auch im privaten Umfeld hat man immer wieder Probleme damit. Mal angenommen, ich nehme mir vor, heute Abend will ich ein Video aufnehmen oder irgendein Spiel spielen oder an einem Projekt weiterarbeiten. Dann mache ich abends den Computer an, will damit anfangen und sehe dann, hoch da auf Facebook oder hier im Forum ist ein interessanter Beitrag, da antworte ich mal drauf. Und dann schreibe ich einen relativ ausführlichen Text, voll im Hyperfokus, merke nicht, wie die Zeit vergeht, gucke dann irgendwann auf die Uhr und denke, Scheiße, ich habe nur noch eine Viertelstunde, bis ich ins Bett muss. Ne, da schaffe ich ja überhaupt nichts mehr. Ich habe schon wieder nichts geschafft heute. Ach, ist doch alles Kacke. Dann hat man gefühlt 5 Minuten einen Text geschrieben und im Endeffekt war es dann eine Stunde. Das hat bei mir auch schon öfter mal einen Streit mit meiner Frau ausgelöst. Schatz, wann kommst du ins Bett? Ja, noch 5 Minuten. Ich muss hier eben noch was fertig machen. Und nach diesen tatsächlich gefühlten 5 Minuten gehe ich dann ins Bett und kriege dann einen Anschiss. Wir haben 3 Uhr, willst du mich verarschen? Du musst morgen zur Arbeit. Und ich denke, oh Mann, ja, ich habe es gesehen. Ich habe erst, als ich fertig war, die Zeit gesehen. Ja, du schon wieder. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Gegenteil, dass die Zeit endlos langsam zu verstreichen scheint. Wenn ich zum Beispiel beim Arzt sitze und warte. Ich hasse warten. Es gibt kaum was Schlimmeres als warten für mich. Oder nichts tun. Einfach mal hinsetzen und nichts tun. Ich kann das nicht. Ich werde da verrückt bei. Die Zeit zieht sich dann einfach so in die Länge. Dazu kommt ja noch der Fakt, dass ich ständig am Nachdenken bin. Ich kann mein Gehirn nicht ausschalten oder die Gedanken ausschalten. Angeblich können das manche Leute. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie das sein soll. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Gedanken und Gedankensprünge in 10 Minuten passen, da zieht sich die Zeit noch viel länger, weil man über so, 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 so viele Sachen nachgedacht hat in diesen 10 Minuten. Und dann kommt ja noch dazu, wenn mir langweilig ist, mache ich plötzlich richtig viele Sachen, die eigentlich unnötig sind. Wenn mir langweilig ist, renne ich 20 Mal zum Kühlschrank und gucke, ob ich da noch irgendwas finde, was ich nebenbei schlemmen kann. Oder ich trinke, obwohl ich keinen Durst habe. Oder ich ziehe 20 Mal öfter in der E-Kippe als sonst. Oder solche Sachen. Wenn ich irgendwo mit meiner Frau warten muss, dann fange ich irgendwann an, hebelig zu werden, rumzuzappeln, mürrisch zu werden, sie anzumeckern. Oh, wie lange dauert das denn noch? Soll ich mal fragen gehen? Keine Ahnung. Und sie ist dann auch genervt davon, dass ich dann immer und immer wieder anfange und meckere, dass es so lange dauert. Und das ist auch wieder ein gewisses Streitpotenzial. Und etwas größer gesehen, hat diese Zeitverzerrung noch einen riesigen Nachteil. Ein Arbeitstag, der 8 Stunden dauert, kommt mir vor wie 20 Stunden. Es ist endlos lang, Tag für Tag und immer und immer und immer wieder. Die Freizeit nach der Arbeit, ungefähr 4 Stunden, fühlt sich aber eher an wie 20 Minuten. Ich meine, es ist ja schon in Normalzeit so, dass ich mehr Zeit mit meinem Bürokollegen verbringe, als mit meiner Frau. Aber dieses verzerrte Zeitempfinden macht das Ganze noch viel, viel schlimmer. Man hat das Gefühl, man geht 20 Stunden arbeiten, danach eine Stunde Autofahren, was eigentlich nur eine halbe Stunde ist, um dann 20 Minuten für sich und seine Familie zu haben. Und das Ganze Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, bis zum Ende des Lebens. Und das Ganze kann natürlich auch Depression begünstigen, weil man selber das Gefühl hat, nicht für sich leben zu dürfen, nur für andere leben zu müssen, sich nicht verwirklichen zu dürfen und so weiter. Dann fängt man an zu grübeln. Warum ist das so? Warum bin ich gefangen in diesem Scheiß? Und das zieht einen einfach runter. Und wenn man das Ganze jetzt noch ein wenig größer denkt, dann ist es so, dass sich ganze Lebensabschnitte, die nicht so toll sind, ewig lang anfühlen und die schönen Lebensabschnitte sehr kurz. Und dadurch kann auch der Eindruck entstehen, dass das ganze Leben eigentlich schlecht ist und irgendwo in diesem großen, ganzen Schlechten, da gibt es halt so ein paar kleine, kurze Highlights, die ganz schön waren, aber ansonsten ist wirklich alles doof. Dass das natürlich nicht dazu beiträgt, dass man ein glücklicher Mensch wird, sollte eigentlich einleuchtend sein. Übrigens macht das verzerrte Zeitempfinden auch große Probleme dabei, Zeiten einzuschätzen. Ich bin Anwendungsentwickler und muss immer wieder schätzen, so, du hast jetzt diese Aufgabe, sag mir, wie lange du brauchst. Und ich denke, was zur Hölle, ich kann das nicht. Ich kann nicht einschätzen, wie lange ich irgendwo für brauche. Das ist eine Fähigkeit, die ich einfach nicht besitze. Und die resultiert auch aus diesem verzerrten Zeitempfinden. Und wer hätte es gedacht, es gibt noch einen Nachteil. Manche Substanzen, wie zum Beispiel Cannabis, beeinflussen das Zeitempfinden bei ADHS-Betroffenen positiv. Ja, es ist eine Droge. Es ist verboten und man sollte es nicht machen. Und ich würde auch niemanden empfehlen, das zu machen. Ich hatte eine relativ ausgiebige Zeit damit und deswegen auch genug Erfahrung sammeln können. Aber man sollte es nicht machen. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass schöne Zeiten sich länger angefühlt haben und schlimme Zeiten sich kürzer angefühlt haben. Keine Ahnung, warum das diesen Effekt hatte, aber es hat sich irgendwie gut angefühlt. Und deswegen habe ich das immer und immer mehr gemacht. ADHSler haben ja sowieso ein sehr großes Suchtpotenzial oder eine Suchtgefahr. und das Ganze beeinflusst das natürlich auch mit. Das ist natürlich nur ein Faktor, der diese Sucht verstärken kann, aber er ist halt da. Über das ganze Thema Cannabis und Abhängigkeit werde ich irgendwann nochmal ein eigenes Video machen. Speziell bei dem Thema mit der verzerrten Zeitempfindung gibt es eine Kleinigkeit, mit der man einige Situationen wirklich verbessern kann. So simpel es klingt, stell dir einen Wecker. Wenn du dich vor der Arbeit noch fünf Minuten an deinen Rechner setzen willst oder zehn, dann stell dir einen Timer auf zehn Minuten. Wenn du sagst, ja, ich komme in zehn Minuten, dann stell dir einen Timer auf zehn Minuten. Immer wenn du dir vornimmst, irgendwas für eine bestimmte Zeit zu machen, stell dir einen Wecker, der klingelt und erinnert dich, ey, die Zeit ist um. Natürlich, man ist dann verleitet, den Wecker auszumachen und zu denken, ach man, ich bin fast fertig, ich mache das ganz schnell noch zu Ende und dann ist doch wieder eine Stunde weg. Aber es kann wirklich helfen. Na jo, das waren jetzt meine Ausführungen zum Thema Zeitempfinden. Ich hoffe, das hat geholfen und ich hoffe, das findet wieder so guten Anklang wie die letzten Videos. Ich habe, glaube ich, bei den drei Videos, die ich bis jetzt habe, nur ein Dislike. Das macht mich ein bisschen stolz, weil ich halt das Gefühl habe, dass mein Content gar nicht so schlecht ist. Ja, ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.